Hallo zusammen, heute geht es um Zeitreisen. Zurück in die Zukunft, zurück ins Steintal, zurück zur Jugend, uns fehlen die Worte, Markus hat nachgelegt, gestern Pressekonferenz in München, Söder und Allwanger, gemeinsam wie damals. Söder sprach, er sagte etwa, Corona, 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 rings um uns grasiert Corona. Hier sehen Sie die Herren, in deren Ländern Corona gerade ein Comeback feiert. Darum müssen Sie alle hart durchgreifen, und zwar alles uns zuliebe. Leute, warum grasiert das Virus gerade dort? Uns fällt dazu nichts ein. Vielleicht auch eine Art Zeitreise. Einige behaupten ja, Corona greift auch das Gehirn an. Soweit wollen wir selbstverständlich nicht gehen. Wir meinen, es kann und wird nicht ewig so weitergehen. Bald schon wird sich der Wind drehen. Die meisten werden erkennen, dass es vielleicht daran lag, dass die Herren früher nie mitspielen durften. Die Zukunft wird uns Recht geben. Dann wird es, wie es einmal war, lustiger. Schönen Dank fürs Zuhören. Bitte verbreiten, einen Daumen hoch und abonnieren. Freunde, bleibt stark. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.